Ab und zu findet man in der Drogerie Produkte, die eigentlich unter dem Radar fliegen würden, aber dafür bin ich da. Ich zeige euch ein paar Drogerie-Geheimtipps. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder meine Fingerchen im Spiel gehabt und ein paar Produkte rausgesucht, die meiner Meinung nach in der Drogerie ein bisschen unterschätzt werden. Wir haben Hacks, wir haben Make-up, wir haben Skincare, es ist alles mit dabei. Und damit wir schnell starten, starten wir schnell. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Ich sehe ein bisschen glowy aus. Ich teste gerade die neue Charlotte Tilbury Foundation. Habe ich eine Meinung zu? Vielleicht habt ihr das Video sogar schon gesehen als Extra-Video. Ansonsten schauen wir mal, wie sie sich so über den Tag verhält. Ich habe in den letzten Wochen so ein bisschen weniger Make-up getragen und eher so ein paar Hacks entwickelt für mich, die mich wohlfühlen lassen, mit denen ich gut zurechtkomme, dass ich im Alltag einfach mich wohlfühle. Und wir starten auch direkt mit dem ersten Produkt. Und das ist ein Skincare-Produkt, was recht neu ist und mittlerweile schon zu einer meiner Favoriten geworden ist. Ja, so kann man es betiteln. Wenn ich das Katzenhaar hier noch aus der Foundation rauskriege, dann ist alles gut. Und zwar hat Isana aus der Wirkstoff-Reihe das 3% Glycerin und Hyaluron-Komplex Milky Moisturizer-Mäuschen rausgebracht. Ich habe mir was anderes darunter vorgestellt, aber ich liebe es. Ich dachte, es ist so ein Toner. Ich würde es wirklich eher als Feuchtigkeitsbooster betiteln. Es ist extrem viel drin. 200ml. Ich benutze das jeden Tag morgens und abends, aber unter Make-up funktioniert das sehr, sehr gut. Ich habe euch hier mal in einem Blender gemacht. Ihr habt eine sehr wässrige, nicht zu flüssige Textur. Sehr, sehr nass. Das ist so eine ganz flüssige Creme. Super reichhaltig fühlt sie sich an. Zieht unglaublich schnell in die Haut ein. Und dieser Hyaluron-Komplex zieht in die Haut ein. Und diese 3% Glycerin spendet auch nochmal Feuchtigkeit. Das legt sich aber wie so ein Schutzfilm über die Haut. Ich gehe meistens entweder erst mit Thermalwasser rüber oder mit Myeluronsäureserum drunter und dann mit diesem Milky Moisturizer rüber. Und das ist meine Tagespflege, so ungefähr. Wenn ich wirklich ganz wenig haben möchte. Es gibt Foundations, die funktionieren nicht mit allen Produkten gut. Gerade bei diesen leichten, sommerlichen Foundations habe ich oft das Problem, dass sie sich schnell zersetzen. Dass es einfach zu viel auf der Haut ist, wenn dann noch ein Lichtschutzfaktor rüberkommt. Und wir gestern Abend schon so viel gemacht haben. Und wir haben 35 Grad draußen. Da will ich nicht Schicht, 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 Schicht. Ich möchte aber nach meiner Reinigung morgens Feuchtigkeit haben. Und das ist wirklich unglaublich gut. Das zieht sehr schnell ein. Es hinterlässt ein unglaublich schönes Hautgefühl danach. Und es wird ganz, 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 ganz leicht klebrig, sodass du dann gut Make-up drauf geben kannst, ohne dass das irgendwie zerläuft. Es hält sehr gut, es spendet sehr viel Feuchtigkeit und es stärkt auch die Hautschutzbarriere. Und das ist eine Sache, die mir im Sommer gerade wichtig ist. Auch wenn wir Lichtschutzfaktor tragen, die Haut ist mitgenommen. Die Haut wird einfach durch die Sonne und das Licht strapaziert. Das Ding, ganz, 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 ganz toll. Ich muss mal schauen. Ich habe leider im Moment keine leere Sprühflasche. Ob man das vielleicht in eine Sprühflasche geben könnte. Und dann als Fixing Spray. Uh, das probieren wir mal die Tage aus. Dann gebe ich euch zeitnah ein Update zu. Ansonsten als Skincare-Produkt morgens und abends benutze ich das sehr, sehr gerne. Hat Isana wirklich gut gemacht. Was ich leider noch nicht gefunden habe, ist dieser Reinigungsbeisam. Den will ich auch noch unbedingt testen. Aber vielleicht habt ihr das Produkt ja schon gefunden. Dann könnt ihr mir gerne ein Update geben. Und ich würde euch auch bitten, in die Kommentare zu schreiben, welche Drogerie-Produkte ihr habt, die ihr auch so ein bisschen zweckentfremdet. Wir bleiben gleich so ein bisschen bei Skincare und Make-up. Ein Produkt, glaube ich, absolut gar keine Überraschung mehr für euch. Ich nehme es trotzdem nochmal mit rein, weil das wirklich für mich, das ist ein Jahresfavorit. Das ist ein Jahresfavorit. Ich weiß nicht, wie viel der Packung es mittlerweile ist. Die Schebens-Koffein-Kapseln. Ihr müsst ein bisschen suchen. Es gibt die auch nur bei Rossmann, habe ich sie gesehen. Und auch nicht überall. Ganz schwierig. Ich habe leider noch keinen Kontakt zu Schebens aufbauen können. Aber diese Koffein-Augen-Konzentrat-Kapseln, absolut genial. Die kommen in einem... Wo ist sie? Die sind halt so klein, ne? Hier. Die kommen in so einer ganz, ganz kleinen Mini-Kapsel. Das reicht aber für zwei Anwendungen bei mir. Ich mache meistens immer abends die Kapsel auf. Und trage sie dann abends, bevor ich ins Bett gehe, auf als Augencreme. Und habe dann für den nächsten Tag immer noch was drin. Und du brauchst ja wirklich nur die kleinste Menge. Wenn du zu viel benutzt, ganz oft habe ich das schon gelesen von euch, ihr dürft nicht zu viel benutzen, dann läuft das in die Fältchen rein, weil das hinterlässt so einen Film auf der Haut. Und da ist Mika. Das ist es. Das Mika, das hinterlässt so einen, wie so eine Schichten drauf, die dann in die Fältchen reinlaufen kann. Und dann hast du wie so kleine weiße Würstchen. Dann hast du schon zu viel benutzt. Deswegen abends benutzen. Da kannst du ruhig ein bisschen dicker nehmen. Und morgens wirklich in die ganz, ganz kleinste Schicht. Und dann wirklich gut eintupfen. Und dann läuft euer Concealer nicht in die Fältchen. Es sieht so prall aus. Es sieht so frisch aus unter den Augen. Und auch die Langzeitwirkung bilde ich mir ein, dass es deutlich besser wird. Spüre ich drauf auf dieses Produkt. Ein absoluter Jahresfavorit ist jetzt kein Hack. Ich nehme ihn trotzdem noch nur mit rein, bis es alle Mäuse von euch ausprobiert haben. Bleiben wir aber bei den Augen und gehen einmal zu diesem Hack. Der Make-up Artist von, ich glaube Jennifer Lopez war das, Scott Barnes, hat neulich ein Video hochgeladen, in dem er einen Labello in Anführungszeichen, das war glaube ich Aquaphor, unter die Augen gegeben hat. Und er hat gesagt, dass das wie so eine Schutzschicht zwischen der Haut und dem Make-up, dem Concealer gibt. Weil Concealer bei reiferer Haut natürlich deutlich schneller in die Fältchen rutscht. Und ich dachte mir, okay, das probieren wir mal aus. Ich habe es einmal mit einem Labello probiert und es hat gut geklappt. Bin zu einem dicken Feuchtigkeitsding. Die meisten sind mir aber ein bisschen zu schmierig gewesen unter den Augen, wenn ich ehrlich bin. So, und dann dachte ich mir, aber warum verbinden wir nicht wieder gleich zwei Produkte? Denn wenn wir zwei Schritte in einen bringen, haben wir ein Produkt weniger und haben schon die Chance, dass etwas in Fältchen rutscht oder dass etwas irgendwie zu viel aussieht, halbiert. Ich bin nicht gut in Mathe, aber das kann ich. So, und ich habe diesen Labello gefunden. Das ist der mit Farbe in Caring Beauty. Da steht jetzt leider keine Farbe drauf, aber es grabte nur in dieser einen Farbe, glaube ich. Der hat so eine ganz, ganz zarte, orangene, peachige Farbe. Ich finde, auf den Lippen sieht der nicht gut aus. Das sieht aus wie krank. Das ist eine ganz, ganz schwierige Concealer-Farbe. Du kannst den vielleicht mit einem Lip Liner gut kombinieren, aber so würde ich damit niemals rumlaufen. Aber ich sage es euch, wie es ist. Den unter den Augen. Ihr habt diese Feuchtigkeit. Ihr habt diesen Schutz zwischen eurer Haut, zwischen euer Make-up und Color Correction. Ihr gleicht damit Dunkelheit unter den Augen aus, wenn ihr dann den wirklich kurz, ein bisschen kurz antrocknen lassen. Schön einblenden, gut einklopfen und dann habt ihr so eine Schicht. Ein bisschen Farben, ein bisschen goldener Schimmer ist mit drin, was das Licht reflektiert. Das hält die Augen unten so ein bisschen auf. Ich hatte damit wirklich keine Probleme mit Concealern oder Foundations. Also es hat sich nicht zersetzt oder so. Ganz, 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 ganz toll, um minimal aufzuhellen. Ich würde es nicht als Alternative zu einem richtigen Color Corrector nehmen, aber für so ein No-Make-up-Make-up für... Also hier geht es vorrangig wirklich um den Schutz zwischen Haut und Make-up. Und als zweitens zusätzlichen kleines Schmankerl ist das so ein bisschen... Ne, kann man mal machen. Schadet ja nichts. Kann man mal machen, hat mir wirklich den Hintern gerettet neulich. Muss ich sagen. Es ist ganz spannend. Ich kriege... Ich kann fast die Uhr noch schnell. Ich habe eine Liste und es ist immer so zwischen dem 20. und 27. des Monats kriege ich einen Pickel auf der Stirn. Der letzte war hier. So, das sind jetzt ein paar Tage her, eine Woche ungefähr. Der letzte war da. Einer. Aber das ist nicht so ein klassischer Pickel, sondern das ist so ein fieser, der ganz tief unter der Haut sitzt und ganz langsam nach oben rutscht. Da kannst du nichts machen. Du kannst... Also ich habe alles probiert. Das Einzige, was hilft, sage ich euch gleich. Äh, zwei Dinge. Aber so diese ganzen Pickel, Salven, Teebaum, Öl kannst du vergessen. Das bringt nichts. Der ist einfach da. Der hat sich eingemietet. Der bezahlt seine Miete leider nicht. Aber der ist drin. Den kriegst du nicht raus. Dachte ich. Und ich habe, jetzt wird es sehr persönlich, ich habe ab und zu Probleme mit Knötchen. So. Vor allen Dingen unter den Armen. Und ich habe vom Hautarzt damals eine Salbe bekommen. Einmal die Elon-Salbe und einmal eine Teerzugsalbe, glaube ich. So. Die Teersalbe, oh, der Geruch macht mich fertig. Aber diese Elon-Salbe, der riecht so ein bisschen wie Eukalyptus oder so. Abends mache ich dann diese Salbe rauf. Möchtest du eine Kombination. Und dann habe ich das hier gefunden. Ich habe es jetzt neu gekauft. Mivolis. Ein steriles Schürfwundenpflaster. Das ist so ein Hydro-Koloid-Pflaster, glaube ich. So. Das sind eigentlich, ist es wie so ein Blasenpflaster von Compete. Halleluja. Die sind sehr dick. Ich schneide die meistens ein bisschen kleiner. Aber, also ich halbe die meistens. Die sind so, dass sie, die ziehen, boah, das klingt total eklig, ne? Diese, diese Wundflüssigkeit raus, ohne dass ihr drücken müsst. Und das sollen wir ja nicht machen. Keine Ahnung. Ich verstehe die biologisch-physikalisch-chemischen Prozesse da leider nicht. Vielleicht wisst ihr es, dann schreibt es mir gerne rein. Aber diese Hydro-Koloid-Dinger auf den Pickel rauf. Und ich sage dir, wie es ist. Am nächsten Tag ist der Pickel so flach, dass du ihn kaum noch siehst. Wahnsinnig gut. Gerade wenn die richtig entzündet sind, ne? Einfach rauf. Es zieht wirklich diese Feuchtigkeit da raus. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Es tut mir leid. Das ist total unangenehm, darüber zu sprechen. Aber es funktioniert. Steriles Schürfwundenpflaster von Mivoles. Ihr könnt auch Compete-Dinger nehmen, wenn ihr zu viel Geld habt. Kein Problem. Sehe ich nicht, einen 15 Euro für einen Pickelpatch auszugeben. Die sind genauso gut. Und die kann man natürlich auch auf der Haut benutzen. Und zu guter Letzt ein Produkt, was mich auch wirklich sehr überzeugt hat. Womit ich nicht gerechnet habe. Ich war ja immer wirklich ein großer Fan von dem Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Das ist das hier. 25 Euro. Ne, wir müssen jetzt auch langsam... Also wir haben... Irgendwann reicht es ja auch mal mit sehr viel Geld ausgeben für immer dasselbe Produkt. Wenn es auch günstige Alternativen gibt. Und die Brow Lamination 24 Stunden von L'Oreal. Da ist natürlich weniger drin. Aber ich komme damit einfach besser zurecht. Es macht keine weißen Würstchen. Es hält sehr, sehr gut ohne... Und das ist ganz krass, ohne dass die Augenbrauen ausfallen. Wenn die Augenbrauen so festgeklebt werden, dann zuppeln die manchmal. Und dann tut es manchmal... Es ist wirklich ganz spannend. Abends ist es wie so ein Muskelkater auf den Augenbrauen. Totaler Quatsch eigentlich bei dem Anastasia gewesen. Es geht einfach. Du gehst damit einfach durch. Es sieht auch nicht so künstlich platt gedrückt aus. Sondern es hält einfach die Augenbrauenhärchen ohne dieses Laminierungseffekt. Dingsi Bumsi. Fest. Und ich drücke sie dann einfach so ein bisschen in Form. Und dann hält das wirklich gut. Ohne, dass ich mir Gedanken machen muss. Es ist deutlich einfacher eine Anwendung. Es spart ein bisschen Platz in der Tasche, in der Make-up-Tasche. Es funktioniert einfach gut. Und das ist auch nur halb so teuer wie... Wahrscheinlich sogar fast ein Drittel nur. Wie das von Anastasia Beverly Hills. Also das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr eure Augenbrauen wirklich fixieren wollt. An den Haaren funktioniert das leider nicht. Da macht das dann irgendwie komische Dinge auf den Augenbrauen. Das ist aber wirklich sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, ob ihr vielleicht noch das ein oder andere Schätzchen in der Drogerie gefunden habt, welches ich vielleicht noch nicht kenne. Denn für mich geht es morgen gleich wieder auf die große Drogerie-Tour. Denn wir haben nur einen Monat. Und das heißt, es gibt Neuheiten in der Drogerie, die ich für euch teste. Damit ihr sie nicht kaufen müsst und dann enttäuscht seid. Ich zeige euch die besten Produkte. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.